ist auch die da oben eigentlich gebaut oder wie ich glaube die steckt fest die steckt fest ich helfe dir liebe ach und der boden bekommst du gar nicht weg jetzt darfst du abreißen und dann kommst du bestimmt raus es geht es geht das heißt alles was ich verbiete wahrscheinlich wahnsinnig kaputt ich kann doch auch das zeig aus metall hier schmelzen gegenstände für metall schmelzen das heißt alles was ich nicht brauche ja gut hüte habt ihr wahrscheinlich auf draußen geschlafen zweifeldustig ja das ist alles doof ja gut aber die mutzen auf das in der holzmaske okay das ist aber besser deutlich besser moment ich hoffe ich mache das alles so richtig hier ich speichere mal vorher weil ich jetzt alles kaputt machen mechanische komponenten mechanische komponente nach dem halbbau machen wir dann halt auch noch geil, ne? äh, vermutieren, Essig da, schmieden, ich brauchte schmieden oh, scheiße oh, ist das gut, größer gehts ja, verschlimmer ich hab hier inzwischen volles Kuddelmuller, das nervt mich dezent, ne? ein bisschen nervt mich das nur so ein bisschen stellen wir die jetzt hin, das ist doch alles ungeschickt ah wenn ihr euch fertig bauen könntet Freunde, wäre ich euch sehr dankbar da muss ich mal hier hin machen hundert Kalksteinziegel, willst du mich verarschen? wo war denn der Steinmetz? ey, ich müsste eigentlich echt alles komplett umsortieren wo ist denn der Steinmetz? wo ist denn der Steinmetz? manchmal ja ok Kalksteinziegel ist folgendes vorhanden so zerlegt, mir haben wir es zerlegt cool aber ich hab ja auch kaum Kalkstein da wie soll denn das alles gehen? ich find hier doch auch nirgends mehr Stein geht das nicht? wirklich Stein wieder? so verarschend spielen warum hat denn hier ach du scheiße jetzt geh essen jetzt geh essen oh Gott, der hat sich eingebaut der Dackel wie kann das so doof sein? oh Gott, wie kann das so doof sein? wer war denn das der Stanley, ne? naja, gegessen hat er schon alles gut das das vollpfosten unglaublich doch nicht genug Ressourcen ja das ist irgendwie, es ist doch kacke hier ja wie komm ich denn an Kalkstein und sowas? also ich mein, klar, ich kann wieder meine Kalksteinzinnen abreißen ja das ist Lehm ich hab doch irgendwo Stein gehabt, oder? auch Lehm, ne? ja da aber viel bringt es uns natürlich auch wieder nett, ne? da irgendwas schon ausgewachsen? Ich schlafe jetzt halt die ganze Zeit draußen, das ist echt so ungeschickt, ne? Ach, Mann. Oh, oh Gott. Was? Barbaren Mahlzeit. Manche sagten, dass Geschichten über die Abkömmlinge, die Menschen essen, Unsinn sind. Aber sie bekreuzigten sich, als Mirabella schien, die entkam, während die Bestien ihrem Messer wetzten. Kannibalen könnten auf der Suche nach ihrem Mittagessen auftauchen. Würdest du Mirabelle von der Speisekarte streichen? Ähm. Okay, wir haben eine neue und bekommen aber gleich Besuch. Oh Gott, kurz gucken. Okay, also hier ist jetzt auf jeden Fall dicht. Hier ist nur noch eine Tür und der Rest war ja schon in Ordnung. Das heißt, von der Verteilung her müsste es eigentlich recht gut aussehen. Wir haben natürlich ein bisschen wenig Fallen. Äh, können wir vielleicht noch ein bisschen nachholen. Dass man die nicht ziehen kann, nervt mich tierisch. Ey. Ups, Entschuldigung. Ich müsste mal das Handy vielleicht losmachen. Äh, zack, zack. Was ist denn gerade? Ja, ich weiß, ihr streamt alle. Och. Wolle. Los, 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 mach näher. Raus. Ja, ne riesen Fläche hier oben noch. Ja. Dauert ne Mengen. Was ist denn jetzt mit Thema Stein eigentlich? 31. Ja, das Problem ist halt, dass 20 kommt 20. Also es erhöht sich halt auch nicht. Und ich brauch 100. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Ich verstehe nicht. Mit einem Unmengen an Heu gerade da, ne? Aber ich hab halt auch noch einen Dach vor. Alle am Bauen. Sie tun mir ja schon ein wenig leid. Ich muss ja, glaub ich, schon der Holz haben. Das ist noch nicht fertig, ne? Ich nerve ein bisschen die Bäume im Lager. Ich muss das mal anders regeln, glaub. Was wir aber noch machen sollten, ist... Das hier doppelt machen. So. Okay. Wir haben natürlich jetzt gerade gar keinen. Holz. Na komm schon. Nicht verfügbar. Ja, ich weiß. Weil die immer gleich woanders schaffen gehen. Oh, wir haben schon Sommer. Wir haben ja schon Sommer. Wechselt ihr nicht automatisch jetzt ihre Kleidung? Das würde mich mal interessieren. Wechselt ihr ihre Kleidung jetzt? Scheint mit. Scheint mit. 4,0 der langen Bogen ist ja geil. 1,87. Gregor hat 1,87. Gibt es noch einen besseren? 2,22. Okay, nimmst mal einen anderen Kurzbogen auf jeden Fall. Die anderen Bogenschützen lassen wir mal und du kannst dir auch noch einen Kurzbogen. Bist du überhaupt Bogenschütze? Meisterschütze 5, naja, naja. 0, 2, 4, 1. Ei, ei, ihr könnt ja alle entschießen. Ja gut, dann müssen wir das mal so lassen, ne? Und das nochmal gleich ausrüsten. Wir müssen jetzt auch mal das Sommer wechseln. Das ist jetzt noch Sommer. Das ist Sommer, ne? Ne, oh Gott. Das ist auch Sommer. Sommerkleidung. Nicht gerade. Die Bogenschützen. Die Bogenschützen kriegen keine Rüstung. Ich glaub nicht, da sind ja Bogenschützen dabei. Aber ich würde jetzt erstmal auf keine Rüstung gehen. Damit erstmal die anderen sich bedienen, oder? Die haben das jetzt wahrscheinlich, ich weiß Gott, wo fallen lassen, ne? Ich bin so schwierig, das alles zu timen. Du rüstest auf jeden Fall mal einen Helm aus. Haben wir jetzt noch Sommerkleidung? Irgendwas da. Sommerkleidung aus Leder. Wir müssen uns gleich mal um die Dinkel kümmern. Was sieht da? Da ist ein Zug um 8, 9er drin. love nen für den Geld. 1-1, 3-1, 3-2, 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 3-2. Das ist ja richtig gut. Halle, nicht so gut. Ich muss immer wieder etwas anlassen. Kettenrüstung, du musst mich verarschen. Kettenrüstung gar nicht, glaubst du echt das? Du hast Rüstung, du hast Rüstung, du hast Rüstung, Rüstung. Okay, wir können denen doch Rüstung geben. Das ist mit diesem Profil, das verstehende ganz. Ach, scheiß da drauf. Das ist voll komplex, ey. Einer. Hier waren wir bei allen auf Sommer. Aber irgendwie scheinen die das nicht automatisch zu machen. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt ablegen. Und du nimmst nur Kappen. Die legen es jetzt automatisch ab. Okay, auch Kappen. Und du nimmst Helme. Kappen. 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 Ha! Alle Schöne, alle Schöne, alle Schöne. Du nimmst... Bist Fernkämpfer, du bist Fernkämpfer. Ja, das seh ich. Das ist Kaulichelis. Das ist zu doof. An Kampf. An Kampf. Sonst muss ich aber noch mal kurz gucken. 2,83. Du brauchst noch was Besseres. Kannst das Gute nicht nehmen. Protester kann es nehmen. Okay, das nimmt schon irgendjemand. Okay. 4,22. 2 Hand. Und 1 Hand natürlich geschickter. Wer kann das Ritterschwert nehmen? Wer ist denn so gut im Nahkampf? Dreizehler. Ist das nicht nur grad drin? Und dann dann die Johanna. Wer nimmt das hier grad eigentlich? 3,2. Die müssen wir noch verbessern. Schade. Wer hat denn noch so einen guten Nahkampf? Das würde ich nämlich gern mal rein machen, dieses... 13. Humphrey. Humphrey? Und wer wollte ich jetzt noch machen? Den Stanley. Stanley, du nimmst bitte mal... Das ist das Hindlicht, was er hatte. Ist das da? Ne, das kannst du wieder nicht. 3,5,6. Ich müsste es doch hinkriegen, dass jeder so eine geile Viererwaffe hat, oder? Nahkampf 13, du hast aber schon... Ne, das geht doch eigentlich, dass du dann das hier nimmst. Und der Stanley nimmt dann deine Waffe. Wo ist er denn? Ach, der Chill war das jetzt. Ey, wieso hat der Chill das jetzt genommen, so was Schlechtes? Der doch... Ach, 4,2,2 ist Basiswert. Na dann kann ich hier alle anderen rummachen, ne? Was ist Wert 4,2,2? Wieso machen wir das... Ach, weil die nicht immer so scharf sind und so, ne? Oh Gott, ist das kompliziert. Du musst das eigentlich auch alles dann rechtzeitig bunt machen, ne? Oh mein Gott. Das ist auch noch nicht so. Wie kann es ihr denn? un